Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Was bewegt Online-Handel April 2024 E-Commerce-Welt in 10 Punkten? Kapitel 1. Die Transformation der Lebensmittelbranche durch Start-ups. Die Lebensmittelbranche ist seit jeher ein fester Bestandteil des täglichen Lebens der Menschen. Doch in den letzten Jahren hat sich ein Wandel angebahnt, der von aufstrebenden Start-ups vorangetrieben wird. Online-Handelsplattformen wie Foodist nutzen die Kraft des Internets, der Social-Media-Plattform und der Creator Economy, um traditionelle Geschäftsmodelle herauszufordern und den Lebensmittelmarkt zu revolutionieren. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg dieser Start-ups ist die Verlagerung des Einkaufsverhaltens der Verbraucher ins Online-Shopping. Durch die Möglichkeit, Lebensmittel bequem von zu Hause aus zu bestellen und liefern zu lassen, erleben die Konsumenten eine höhere Flexibilität und Bequemlichkeit. Dieser Trend hat dazu geführt, dass traditionelle Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind und sich anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Transformation in der Lebensmittelbranche ist die Rolle von Social Media. Start-ups wie Foodist nutzen Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok, um ihre Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Durch die gezielte Ansprache von Influencern und die Schaffung einer Community um ihre Marke, gelingt es diesen Start-ups einen loyalen Kundenstamm aufzubauen und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Die Creator Economy spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Lebensmittelbranche durch Start-ups. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihre Leidenschaft für gutes Essen und Trinken zum Beruf zu machen und eigene Foodblogs, Kochvideos oder Online-Shops zu betreiben. Diese kreativen Köpfe sind es, die mit ihren einzigartigen Ideen und Produkten die Branche bereichern und für frischen Wind sorgen. Foodist ist ein Paradebeispiel für ein Start-up, das die Transformation in der Lebensmittelbranche erfolgreich gestaltet. Mit einer Vielzahl von innovativen Produkten, einer starken Präsenz in den sozialen Medien und der Unterstützung der Creator Economy hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur auf dem Markt entwickelt. Doch der Weg zum Erfolg war nicht einfach. Und in den folgenden Kapiteln wollen wir näher auf die Herausforderungen und Chancen eingehen, die mit der Transformation der Lebensmittelbranche einhergehen. In diesem ersten Kapitel haben wir einen Einblick in die Transformation der Lebensmittelbranche durch Start-ups wie Foodist gewonnen. Wir haben gesehen, wie diese Unternehmen traditionelle Geschäftsmodelle herausfordern, den Online-Handel nutzen, Social Media geschickt einsetzen und von der Creator Economy profitieren. Dies ermöglicht es Kunden, bessere Kaufentscheidungen zu treffen und reduziert gleichzeitig die Rücksendequote von Produkten. Ein gutes Beispiel für die verbesserte Interaktion mit Kunden durch RR ist die Möglichkeit, Möbel virtuell in den eigenen vier Wänden zu platzieren. Kunden können mithilfe ihres Smartphones oder Tablets RR nutzen, um zu sehen, wie ein Sofa oder Tisch in ihrem Wohnzimmer aussehen würde, bevor sie es kaufen. Durch ein verbessertes Einkaufserlebnis und eine erhöhte Interaktion mit Kunden können Unternehmen ihre Conversion Rate erhöhen und den durchschnittlichen Bestellwert steigern. Kunden, die RR nutzen, neigen dazu, mehr Zeit auf der Website zu verbringen und mehr Produkte zu kaufen als Kunden, die dies nicht tun. Ein weiterer Faktor, der zur Steigerung des Umsatzes durch AR beiträgt, ist die Reduzierung von Rücksendungen. Kunden, die AR nutzen, sind besser informiert über die Produkte, die sie kaufen und treffen fundiertere Kaufentscheidungen. Dies führt zu einer geringeren Rücksendequote und reduziert die damit verbundenen Kosten für Unternehmen. Insgesamt bietet die verstärkte Anwendung von Augmented Reality im Online-Handel eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen und Kunden. Die verbesserte Interaktion mit Kunden, das einzigartige Einkaufserlebnis und die Steigerung des Umsatzes sind nur einige der Gründe, warum immer mehr Unternehmen auf AR setzen, um ihr Online-Geschäft zu optimieren. Intelligente Split- und multivariate Testing-Tools ermöglichen es Marken, verschiedene Versionen von Inhalten, Anzeigen oder Websites zu testen, um herauszufinden, welche am besten bei ihrer Zielgruppe funktionieren. Diese Tools verwenden fortschrittliche Algorithmen, um die Tests durchzuführen und die Ergebnisse zu analysieren. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Kampagnen kontinuierlich verbessern und ihre Conversion-Raten steigern. Ein Beispiel für ein intelligentes Split- und Multivariate-Testing-Tool ist A-B-Testing-Software. Mit dieser Software können Unternehmen verschiedene Versionen von Webseiten oder Anzeigen erstellen und testen, um herauszufinden, welche am besten funktioniert. Die Software analysiert dann die Ergebnisse und zeigt den Unternehmen, welche Version die höchste Conversion-Rate hat. Auf diese Weise können die Unternehmen ihre Marketingstrategien optimieren und bessere Ergebnisse erzielen. Ein weiteres Beispiel für die Nutzung von KI im Bereich des Split- und Multivariate-Testings sind personalisierte Empfehlungssysteme. Diese Systeme verwenden Datenanalyse und maschinelles Lernen, um individuelle Empfehlungen für Endbenutzer zu generieren. Durch die Analyse des Nutzerverhaltens und der Präferenzen können Unternehmen maßgeschneiderte Inhalte erstellen und ihren Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten. Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz hat auch dazu geführt, dass Unternehmen immer mehr auf automatisierte Chatbots setzen. Diese Chatbots verwenden KI-Algorithmen, um mit Kunden zu interagieren, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Indem sie die menschliche Interaktion simulieren, können Chatbots den Kundenservice verbessern und die Effizienz steigern. Ein weiterer Bereich, in dem KI große Fortschritte gemacht hat, ist die Bilderkennung. KI-Algorithmen können mittlerweile Bilder analysieren und identifizieren, was eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Zum Beispiel können Unternehmen die Bilderkennung nutzen, um Produktbilder automatisch zu taggen, um Suchergebnisse zu verbessern oder Betrugsfälle zu erkennen. Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz hat auch einige Herausforderungen mit sich gebracht, insbesondere im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes. Da KI-Systeme auf großen Mengen von Daten basieren, besteht die Gefahr, dass sensible Informationen kompromittiert werden. Unternehmen sind daher gefordert, strenge Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und sicherzustellen, dass die Daten ihrer Kunden geschützt sind. Trotz dieser Herausforderungen bietet die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz viele spannende Möglichkeiten für Unternehmen, um ihr Geschäft auszubauen und effizienter zu werden. Ein Tech-Stack besteht aus den verschiedenen Technologien, Tools und Plattformen, die ein Unternehmen nutzt, um seine digitale Präsenz zu unterstützen. Typischerweise umfasst ein Tech-Stack Elemente wie Content-Management-Systeme, E-Commerce-Plattformen, Datenbanken, Analyse-Tools und mehr. Während diese Tools entscheidend sind, um ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft aufzubauen, ist es ebenso wichtig sicherzustellen, dass sie effizient und kosteneffektiv sind. Die Konsolidierung des Tech-Stacks beinhaltet die Überprüfung und Rationalisierung der verschiedenen Tools und Plattformen, die das Unternehmen verwendet. Durch die Nutzung moderner und skalierbarer Technologien kann das Unternehmen sicherstellen, dass es für zukünftige Herausforderungen und Chancen gerüstet ist. Die Auswahl flexibler Tools, die sich an die sich ändernden Anforderungen des Unternehmens anpassen können, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Zusammenfassend ist die Konsolidierung des Tech-Stacks ein entscheidender Schritt für Marken im E-Commerce, um ihre Ressourcen effizient einzusetzen und langfristigen Erfolg zu sichern. Ein weiteres Problem war der rasante technologische Wandel. Kunden erwarteten immer schnellere und effizientere Prozesse beim Einkauf, was dazu führte, dass B2B-Unternehmen ihre bisherigen Geschäftsmodelle überdenken mussten. Die Digitalisierung des B2B-Handels war daher unumgänglich, um den Veränderungen am Markt gerecht zu werden. Des Weiteren stellte die Globalisierung eine Herausforderung dar. Immer mehr Unternehmen operierten auf internationaler Ebene und mussten sich mit den unterschiedlichen kulturellen und rechtlichen Anforderungen auseinandersetzen. Die Komplexität des B2B-Handels nahm somit zu, was eine verstärkte Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Unternehmen erforderte. Innovationen wie maschinelles Lernen und Data Analytics versprachen eine Transformation des B2B-Handels und eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsposition. Insgesamt zeigte sich, dass die Kombination aus externen Herausforderungen und innovativen Lösungen im B2B-Handel zu einer dynamischen und herausfordernden Branche führte, die von stetiger Veränderung geprägt war. Durch den Einsatz von KI-Technologien konnten die Unternehmen jedoch erfolgreich auf diese Veränderung reagieren und sich für die Zukunft aufstellen. Kunden schätzen diese persönliche Beziehung zu den Unternehmen und fühlen sich häufig stärker mit der Marke verbunden. Ein weiterer Vorteil von D2C-Geschäftsmodellen ist die Möglichkeit, eine größere Transparenz zu schaffen. Kunden wissen genau, woher ihre Produkte kommen und wie sie hergestellt werden. Trotz der Herausforderungen lohnt sich die Umstellung auf ein D2C-Geschäftsmodell langfristig. Unternehmen wie Foodist können ihre Gewinnmarken steigern und gleichzeitig eine engere Bindung zu ihren Kunden aufbauen. Durch den direkten Kontakt können sie ihre Produkte gezielter vermarkten und besser auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Insgesamt bieten D2C-Geschäftsmodelle eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen wie Foodist. Durch den Verzicht auf Zwischenhändler und den direkten Verkauf an Endverbraucher können Unternehmen ihre Gewinne steigern und gleichzeitig eine stärkere Bindung zu ihren Kunden aufbauen. Mit der richtigen Strategie und den passenden digitalen Kanälen können Unternehmen wie Foodist ihre Präsenz in den digitalen Medien stärken und langfristig erfolgreich am Markt bestehen. Kunden erwarten heute ein Einkaufserlebnis, das auf ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten ist. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Unternehmen dieses Ziel erreichen, indem sie Daten über das Verhalten und die Präferenzen der Kunden sammeln und analysieren. Ein wichtiger Aspekt der Personalisierung des Einkaufserlebnisses ist die individuelle Empfehlung von Produkten. Durch den Einsatz von Algorithmen kann eine Website jedem Kunden maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf seinem bisherigen Einkaufsverhalten und seinen Interessen bieten. Dies kann dazu führen, dass Kunden mehr Zeit auf der Website verbringen und häufiger einkaufen. Ein weiterer Vorteil der Personalisierung ist die Möglichkeit, maßgeschneiderte Angebote und Rabatte anzubieten. Durch die Analyse von Daten können Unternehmen herausfinden, welche Produkte und Preisnachlässe für jeden Kunden am attraktivsten sind. Dies kann dazu beitragen, die Konversionsrate zu erhöhen und den durchschnittlichen Bestellwert zu steigern. Neben der individuellen Produktempfehlung und Preisgestaltung können personalisierte E-Mails und Benachrichtigungen dazu beitragen, die Kundenbindung zu stärken. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Unternehmen automatisierte E-Mails verschicken, die auf das Verhalten und die Präferenzen jedes Kunden zugeschnitten sind. Dadurch fühlen sich die Kunden stärker mit der Marke verbunden und sind eher bereit, erneut einzukaufen. Die Personalisierung des Einkaufserlebnisses kann auch dazu beitragen, das Problem der Kaufabbrüche zu reduzieren. Indem Unternehmen personalisierte Nachrichten an Kunden senden, die ihren Warenkorb verlassen haben, können sie diese dazu ermutigen, ihren Einkauf abzuschließen. Dies kann die Konversionsrate verbessern und den Umsatz steigern. Ein weiterer Ansatz zur Personalisierung des Einkaufserlebnisses ist die Nutzung von Chatbots. Chatbots können Kunden auf der Website unterstützen, Fragen beantworten und ihnen helfen, das gewünschte Produkt zu finden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Chatbots immer weiter verbessert werden, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Die Personalisierung des Einkaufserlebnisses bietet enorme Vorteile für Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können sie Kunden besser verstehen, ihre Bedürfnisse antizipieren und ihnen maßgeschneiderte Angebote unterbreiten. Dies kann dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu steigern, die Konversionsrate zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Immer mehr Menschen legen auf die Herkunft und Herstellungsweise der Produkte, die sie kaufen, großen Wert. Dieser Trend hat nicht nur Auswirkungen auf traditionelle Geschäfte, sondern auch auf den Online-Handel. Online-Händler stehen vor der Herausforderung, die zunehmend kritischen Verbraucher zu überzeugen und gleichzeitig ihre Gewinne zu steigern. Dies erfordert ein Umdenken in den Lieferketten und transparentere Geschäftspraktiken. Viele Online-Händler haben bereits Maßnahmen ergriffen, um nachhaltige und ethisch hergestellte Produkte anzubieten. Eine Möglichkeit, diesem Trend gerecht zu werden, besteht darin, die Lieferketten zu überdenken und sicherzustellen, dass die Produkte unter fairen und umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt wurden. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit mit Lieferanten und Herstellern, um sicherzustellen, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Online-Händler müssen transparent sein und ihre Kunden über die Herkunft und Herstellungsweise der Produkte informieren. Durch die Förderung nachhaltiger und ethischer Produkte können Online-Händler nicht nur das Vertrauen der Verbraucher gewinnen, sondern auch dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Indem sie beispielsweise umweltfreundliche Verpackungsmaterialien verwenden und weniger Abfall produzieren, können sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung von lokalen und regionalen Produkten. Indem Online-Händler mit lokalen Herstellern zusammenarbeiten und ihre Produkte anbieten, können sie die lokale Wirtschaft unterstützen und dazu beitragen, die Transportwege zu reduzieren. Dies kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern stärkt auch die lokale Gemeinschaft. Verbraucher sind zunehmend bereit, für nachhaltige und ethisch hergestellte Produkte mehr zu bezahlen. Online-Händler sollten diese Bereitschaft nutzen und ihr Sortiment entsprechend anpassen. Durch gezielte Marketingmaßnahmen können sie ihre nachhaltigen Produkte hervorheben und so neue Kunden gewinnen. Die Digitalisierung bietet Online-Händlern die Möglichkeit, auf nachhaltige und ethische Produkte aufmerksam zu machen. Durch gezielte Kampagnen in den sozialen Medien oder auf ihren Websites können sie ihre Kunden über die Vorteile dieser Produkte informieren und so das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ethischen Konsum schärfen. Insgesamt ist Nachhaltigkeit und ethischer Konsum ein Trend, der nicht mehr zu ignorieren ist. Online-Händler müssen sich dieser Entwicklung anpassen und sicherstellen, dass sie ihren Kunden Produkte anbieten, die nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern auch die Umwelt und die Gesellschaft respektieren. Nur so können sie langfristig erfolgreich sein und das Vertrauen der Verbraucher gewinnen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.